Yo, ein fruchtiges Willkommen zurück zum diesjährigen Nitrado-Oster-Event. Wir sind immer noch fleißig am Eier suchen. Ich war ja beim letzten Mal da unten in der Kathedrale drin, hatte da auch ein Ei hinter einer Tür gefunden. Ich habe bisher aber immer noch keine Ahnung, wie man da rankommt. Ich denke, dass es einen Geheimgang von außen irgendwo gibt. Aber ich weiß nicht wo und wie. Deswegen laufen wir einfach erstmal weiter und suchen woanders Eier. Ja, das habe ich gerade mal wieder nicht gesehen, das Ei. Das war zufällig. Läuft ja recht fix gerade. Ich hoffe, da oben ist keins drauf. Das müsste da drin sein. Ferdi, danke für deine Dienste. Öffentliche Bibliothek. Da ist eins. So, weiter. Toll. Das heißt, hier ist irgendwo eins. Doch da oben irgendwo. Gehen wir mal raufklettern, ne? Oder schwimmen. Ja, ähm, ich hatte heute, also, ähm, bevor ich jetzt aufgenommen habe, ein kleines Highlight sogar gehabt. Und zwar hat mir unter eins meiner Event-Videos hier einer geschrieben, der wohl unter anderem, der, die, ich glaube das war eine die. Ich bin mir aber nicht sicher, ähm, wohl sogar für Nitrado arbeitet und hat gesagt, meine Videos sind ganz cool so und scheinen echt Spaß hier dran zu haben an diesem Event und so. Ja, hat mich auf jeden Fall echt gefreut. War sehr schön. Danke nochmal an die Person. Fand ich echt cool, hab mich echt gefreut. So etwas auch mal von irgendwie Leuten zu hören, die quasi hier sogar den Server mitgemacht haben. Also hier haben wohl echt 120 Leute zwei Jahre lang an dieser Karte gearbeitet. Und die haben wir probiert, ja, möglichst alles hinzukriegen. Dies Jahr, bis auf den Palax gestern, beziehungsweise an dem Vortag. Hat das eigentlich auch ganz gut bisher alles geklappt. Also ich habe wenig Bugs gehabt, ich habe wenig Teile gehabt, wo man reinfallen konnte. Hey Schwelli! Ansonsten, hat bisher alles super geklappt. Auf jeden Fall besser als beim Weihnachtsevent. Da hing ich des öfteren irgendwo drinnen fest. Da ist was drinnen. Da kommt man nicht rüber, das heißt man muss wahrscheinlich von hier oben. Gut. Wow, 163 Eier haben wir immerhin schon. Da oben ist es doch. Hier oben wird ja wohl nichts mehr sein, oder? Nö. Autschi! Los Astoria! Mein treuer Gaul! Das ist voll unpraktisch hier gebaut. Hier kommt man überhaupt nicht mit Pferden durch. Da hätten sie sich mal was Besseres überlegen können. Ja. Ja, hier ist irgendwo wieder was versteckt. Da vorne ist es doch. Ich dachte schon, man muss doch hier bestimmt nicht mega tief tauchen. Ja, Gronki soll wohl heute auch hier gewesen sein. Also der Gronki, Gronki. Ich denke mal, den sollten die meisten von euch kennen. Ein etwas bekannterer YouTuber. Super. So. Er war wohl heute hier auch am Spielen. Aber soll wohl mittlerweile nicht mehr da sein. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, zumindest. Aber ich bin jetzt nicht hier wie manche anderen. Also hier gab es echt welche, die gerade ankamen. Ist Gronk noch da? Ist Gronk noch da? Ist Gronk hier auf dem Server? Da, ich spiele hier, weil es mir Spaß macht, weil ich es selber entdecken möchte und nicht irgendwie Gronk dabei zusehen. Auch wenn ich hin und wieder mal Gronk gucke oder sehr viel Gronk geguckt habe eine Zeit lang. Ah. Irgendwas sagt mir, dass ich da hoch muss. Ganz oben. Da ist es doch. Gut. Was hat der gerade geschrieben? Wie hilft man dem Penner? Achso. Gut. Ähm. Ja. Hier ist nichts. Dann gehen wir mal hoch. So. Läuft es echt rucki zucki heute, ne? Hier ist echt was los. Wie viel Eier haben wir denn gerade schon gefunden? Wir waren eben auf jeden Fall noch bei 163. Das weiß ich. Ich glaube wir waren noch weniger. Ja. Jetzt sind wir hier am Strand unterwegs. Da ist Eisen. Da ist eins. Ah. Hier ist die Pferderennbahn. Hier waren wir ja sogar schon. Ich wollte eigentlich auch langsam mal in das Berggebiet da und vor allem in das Dingsgebiet. 4. 4 heißt das? Brauche ich nicht lang. Ich weiß gar nicht. Wo kommt man denn hier nochmal rein? In wilden Westen will ich auch noch, aber dafür muss ich glaube ich erstmal in die anderen Gebiete. Wir sausen jetzt geschwind. Aking Dome ist auch wieder da. Das war doch der Typ, der die letzte Male auch schon immer da war. Irgendwo ist hier ein Ei. Bist du etwa in der Straßenbahn? Nö. In der Bushaltestelle. Hier waren wir auch noch gar nicht, Alter. Ja. Das Gebäude ist auch kopiert aus der alten Welt. Das kenne ich definitiv auch noch. Gut, dann wird das da oben scheinen. Rauf. 171. Ja. Ein Zehntel haben wir auf jeden Fall schon gefunden. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt ja weiter gehen, aber hier läuft es gerade echt gut. Findet man echt gut Eier. Warum soll ich jetzt weiter laufen, wenn man hier noch alles mögliche gerade findet? Der Sprung mit der Leiter an die Wand runter. Ja, zum Meerestempel würde ich auch gerne mal kommen. Da ist ein Ei. Da hat irgendwer seine Baumaterialien nicht wieder weggeräumt. Da oben. Wie komme ich da rauf? So. Da schwebt irgendwas da hinten. Ah. Das hat nicht nachgeladen. Ah, gut. Auf dem Schiff dürfte eigentlich auch was drauf sein. Ist das da drüben die Black Pearl? Gut, auf dem anderen Schiff dürfte was sein. Dann nichts hier rüber. Ah ja, vielleicht schaffen wir es ja doch noch irgendwie am Ende der Folge, ich weiß nicht wie weit wir schon sind, rüber zu fahren. Da vorne ist eins. Gut, da scheint doch was drauf zu sein. Gut. Arrrr. Ja, wir sind Piraten. Piraten. Und wir entern alles was nicht nied und nagelfest ist. Mal gucken, ob wir da oben was finden. Nö. Ah, das ist aber fies versteckt. Verdammt, da kommen wir nicht hoch. Gut, dann wieder runter. Ja, ich würde sagen, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Ich habe gerade mal kurz nebenbei auf den Timer geschielt. Ich würde sagen, wir machen uns dann mal wieder auf den Weg, dass wir irgendwie in Richtung U-Bahn-Haltestelle kommen. Ich weiß nicht, wo die genau war. Also hier scheinen echt schon ewig keine. Okay, hier waren wir definitiv noch nicht. Ja, da ist was drin. Da ist die Station. Ach, hier ist wieder der Markt. Bevor wir da aber die U-Bahn benutzen, würde ich sagen, wir gehen hier trotzdem nochmal kurz rein. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn ich jetzt noch das Ei hier finde irgendwo. Das sind irgendwelche Saves hier, ne? Irgendwelche Bank-Tresore. Nicht, dass man die jetzt irgendwie aufkriegt, wenn man hier den Hebel benutzt, irgendwie. Das wäre jetzt richtig fies, wenn durch einen Hebel da irgendwas aufgehen würde. Da ist es. Gut. Wir haben auch jetzt schon wieder zwei Herausforderungen gefunden, ne? Ich denke, oben ist noch was. Oder haben wir noch mehr als zwei Herausforderungen schon gefunden? Da ist es doch. Boah. 15 Eier haben wir auch mindestens schon gefunden. Gut, ich würde sagen, aber das reicht dann erstmal wieder mit Stadt. Ja. Wir machen uns auf den Weg zum Bahnhof wieder. Dschungel Parkour. Dschungel Parkour. Also wir haben noch so viele Jump'n'Runs. Ich würde jetzt gerne mal zu den Jump'n'Runs kommen. So Wall Street gibt's da? Geht's da? Ich kenne nur die Wall Street. Wo sind wir hier? Keine Ahnung wo wir sind. Ach das sind... Da geht's zum NASA Gelände? Ich gehe zum NASA Gelände. Gut, da muss leider das ganze noch auf sich warten. NASA Gelände und da ist Endstation. Gut, dann geht's hoch. Und hier geht's woanders hin. Ach so. Flughafen und Stadion. Ah. Hier ist schon wieder eine andere Linie. Ach so. Messe und Industrie. Industrie waren wir glaube ich auch noch nicht, ne? Was ist das hier für komische... Das sieht alles nicht hier so fertig aus, oder? Irgendwelche... Hier oben. Da ist ein Ei. Ja, ich weiß. Da vorne war grad auch eins. Das werden wir uns gleich auch noch holen. Da. Möge. Das... Ja. Ja. hier war bestimmt was drin was für'n smart gibt es ein smart hier der liebe der die liebe aldomi naja hier sind überall so komische weiß gar nicht was das hier darstellen soll irgendwelche testgebäude da draußen nö hier aber auch nicht wo ist das denn ja gut ich will auch endlich irgendwie jump and run oder sowas finden und ich suche hier eier über eier irgendwo alter ich bestimmt schon zehn eier gefunden nur weil ich da aus von sehn durch gelaufen bin doch nicht mehr normal und weiter geht's hottehu also diese folge geht echt ruckzuck mit den eiern natürlich könnte das jetzt genauso gut da oben sein aber auch hier in dem auto ja es ist doch lauf mein pferd hier ist leider nichts diesmal dahinter ist irgendwas aber da will ich jetzt irgendwie nicht rein laufen das sieht aber sehr nach dschungel aus oder kommt man hier wie weiter dachte vielleicht kann man durch den zug irgendwie in den tunnel gut ich probiere jetzt mal mein glück hier einfach landeinwärts da sieht doch gut aus das gefühl das ist der wilden westen wo wir gar nicht hin dürfen bisher stimmt da kommen wir so auch nicht lang das ist ganz cool gemacht dass man auch nicht einfach schummeln kann ich wollte gerade ein bisschen schummeln ich gebe zu wusste aber nicht dass wir da zur wüste kommen bekomme ich den rang noob wenn ich über eine stunde für was kriege ich dann ober mega hyper dimensionaler power noob so weiter geht's ein paar eier dürften hier noch irgendwo sein wir brauchen kein dach wir haben ein auto was wollt ihr von mir ach hier leben überall obdachlose wie seien wir wir packten mit dem auto versteckt nööööööö und ähm af ich wollte gerade auf dem koppers reiten gehen das ist natürlich nicht so vorteilhaft ja ach hier sind so viele wohnwagen und so stimmt da drüben hallo habt ihr eier gibt irgendwie gar nichts habe ich das gefühl nicht mal möbel komm ich jetzt irgendwie aufs dach da auch gleich erstmal grün ist einer hingesetzt das ist richtig ja ich will die ganze zeit den kompass benutzen ein spielplatz wie geil mit sandkasten einfach hier durchlaufen die aber hier sollte es auch nicht sein das sollte da drüben drin sein wenn ich das jetzt so berechnet habe was machst du mit dem armen esel das will ich jetzt gar nicht wissen was die da machen alter im wassertempel gibt es auch wieder dieses und es gibt hoffentlich nicht wieder dieses kanalisationslaborant alter das ist ja die hölle braucht man irgendwie drei stunden um durch so eine kanalisation zu kommen ich habe es mir letztes mal ein bisschen einfacher gemacht weil ich einfach mir eine karte aufgezeichnet habe für jede etage das heißt ich habe mir jedes mal aufgezeichnet wo denn quasi eine sackgasse war hier gefällt es mir hier bleibe ich jetzt erstmal hier mache ich picknick und so richtig geil hier ich kürze einfach mal kurz ab gut und dann keine ahnung wo die straße hier hinführt boah komm ich da irgendwie rauf nein ich hänge hier unter der brücke fest da habt ihr aber vergessen irgendwas wegzumachen das sollte glaube ich nur so baumäßig sein das haben sie vergessen wegzumachen ach hier sind die bahn schienen ich habe keine ahnung wo jetzt ich bringe erstmal fast mein pferdchen um da ist das nächste ei hier waren wir schon verdammt 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 ach das ist hier ne hier wollte ich doch gar nicht wieder her ach das ist der bahnhof ah das ist doch ganz gut immer noch keine ahnung wo hier das ei ist mal ehrlich ich weiß dass hier irgendwo eins ist aber ich weiß immer noch nicht wo vielleicht findet man ja per glück aber mein timer piept gerade vibriert ähm gut ja ich würde sagen beim nächsten mal machen wir uns dann wirklich mal auf ähm ins 19. Jahrhundert oder auf den Berg ich weiß noch nicht genau welches ich davon machen will klingt beides ganz cool ich werde auf jeden fall über beides mal hingucken diese folge war echt mega ergiebig was an eiern angeht und auch was an erfolgen bei rauskam wir haben über 30 eier gefunden in dieser folge das ist echt heftig es geht gut voran auf einmal gut ich sag bis zum nächsten mal und immer schön fruchtig bleiben Ciao